Herzlich Willkommen zurück zu Halo Anniversary und hier sieht es ja mal richtig geil aus wir werden gleich auch mal gucken wie es früher hier aussah hier sieht man jetzt gucken wir mal oh ja düster hier alles plattgetreten ziemlich dunkel so sah es früher aus aber wir lassen das mal lieber so dann gucken wir mal hier können wir auf jeden fall unsere oh hier ist ein shotgun die nehme ich natürlich gerne mit aber für der sollten wir doch auch noch aber keine munition für die das ist aber schade na gut egal so der funkspruch der wiederholt sich jetzt jedes mal jetzt müssen wir unsere leute suchen ist das ein toter ja den haben sie wohl platt gemacht aber da vorne sehe ich schon rot der hat mein Schild mal komplett mit ein ich habe hier aber noch einen lachen hören stirb 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 wo ist er so da hinten ist einer ach scheiße wollte ich gar nicht und knarre ist gleich alle Boah, jetzt gab es ein bisschen Munition, ich weiß jetzt gar nicht von wem, lag hier jetzt eine Leiche? Nö, okay, so jetzt sicherlich hier hoch, hallo, wenn da mal, gehst du mal, oder hier hoch? Ah, nein, hier rüber, genau, oh oh, sieht nicht gut aus da drüben, alter, das läuft sich nicht gut. Aber wir müssen hier rüber, können ja nochmal dieses Bild hier kurz, boah, da erkennt man ja fast gar nichts, ey. Boah, da haben sie aber echt gut, gut, gut was geleistet, das Spiel richtig, hier überall auch Licht hingestellt, wenn man was sieht. Ah, da unten wird schon geschossen, ich mach's mir mal einfach. Kommt, kommt. Einfach mal hier zwischenschießen, in der Hoffnung, dass sie mal herkommen. Das ist schon weniger, wie man sieht. Da hinten. Warum unsere Munition verschwenden, wenn wir das hier... Da hinten hab ich aber noch einen roten gesehen, den gehen wir jetzt mal so kühlen. Ah ja, mehrere, als einer. Oh, wo ist der Kleine? Da ist er. Ah, die Schakale mit ihren Scheiß. Geh ich doch nochmal da hin. So, jetzt müsste es aber passen. Ich brauch unbedingt noch Munition. Ach, du sollst nicht immer die Granaten raushauen, einfach so. Na ja, gut, wir haben ja jetzt wieder Viere. Viel Schuss hab ich für meine Kanone nicht mehr, aber hier geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder in einen Komplex rein. Oh, oh, was? Okay, hier scheint ein Fahrstuhl zu sein. Abwärts. Boah, so dunkel sah es. Wird schön hell. So. Was? Ich seh auch einen. So scheiß Schakale. Ring mich so auf. Okay. Geh gammeln. Oh, oh. Das ist nicht mehr viel. So, das war's mit der. Könnten zwar die Schrotflinte nehmen, aber wir werden mal für diese Waffe hier... ...sichert sei mal eine andere nehmen. Mal sehen, wie sich die Schrotflinte macht. Oh, die haut ja gleich voll fett das Schild weg. Ah, da unten. Da wär's angebracht. Und da auch noch einer hin. Hier, habt da. Ihr wollt einfach nicht sterben. Hier. Na ja, mit Schrotflinte auf so einer Entfernung ist ein bisschen... Aber ich glaube, wir müssen sowieso hier runter. Schnauze. So, geh mal gammeln. Ah, bei Schrot dauert es nach lange immer sehr lange. Da sollte man also... Oh, was haben wir denn da drüben? Haben wir hier... Ah, ich dachte... Schießen wir mal eine Weile. Nö. Wer weiß, wie lange wir die Schrot haben. Aber Granaten haben wir wieder voll. So, geht's denn jetzt hier weiter? Das ist immer diese Frage. Wir können ja noch mal gucken, wie der Raum aussah. Damals. Ich weiß nicht, ich mach das jetzt ganz schön oft schon wieder. Aber der sah auch ein bisschen... Naja. Kalt aus. Jetzt ein bisschen mehr Licht überall. Sieht zwar gleich schon besser aus. So. Ich denke mal hier. Hier könnten wir auch lang. Hier ist zu. Höre ich hier was? Da drüben. Kleine Ratte, du. Ich mag die Schakale nicht. Da haben wir auch schon den Eingang gefunden, wo wir weiter müssen. Mehr scheint hier nicht zu geben. Das ist aber ein Feind. Das ist aber ein Feind. Blaues Blut. Moment mal. Moment mal. Was ist denn hier hinter? Alles Tote. Okay, hier war der Lade-Ding, deswegen ruckelt es gerade ein bisschen. Okay, ist hier irgendjemand? Was sieht nicht da noch aus? Das sieht nicht da noch aus. Hallo, ich wollte da rüber springen. Hallo. Hallo, wieso? Wieso springst du nicht? Hier kann man nichts machen. Also gehen wir mal hier weiter. Diesmal hier rum. Was war das für ein Geräusch gerade? Oh. Der ist irre. Der hat ja auf uns geschossen. Schießen wir den mal lieber ab. Aber mir fällt da ein. Können wir eher die nehmen? Hat zwar nur 26 Schuss. Sind die tot? Hmmm. Kann der Nebel hier was? Nein. Oh ja. Hier ist irgendwas passiert. Hier ist irgendwas passiert. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier hoch muss. Auch wenn es hier brennt. Diese Ruhe gefällt mir nicht. Da geht es weiter, glaube ich. Das ist die einzigste Tür, die grün ist. Oh. Ist alles voller Glas. Na, schauen wir mal hier. Kann sein, dass wir gerade da unten waren. Sollte ich hier nicht normalerweise eine Brücke ausfahren? Tatsächlich. Was ist das für Zeichen hier oben? Oh. Ich habe meine. Wunderbar. Zwar nicht jetzt extrem viel Muni, aber vielleicht liegt ja hier noch irgendwo ein Soldat. Gehen wir einmal rum. Da haben wir die Tür zu. Aber hier ist auch die Tür auf. Ach ne. Von da sind wir gekommen. Stimmt. Dann sind wir über die Brücke gegangen. Ne. Hier liegt, glaube ich, keiner mehr. Schade. Okay. Dann. Gehen wir hier weiter. Oh. Die Hele Musik. Ist da unten irgendwas passiert? Ah. Wir haben Munition. Wunderbar. So. Oh. Jetzt kommt, glaube ich, eine Sequenz. Komm schon. Das muss ich. Vielen Dank.